hallo minecraft willkommen zurück beim minecraft captive ja letztes mal haben wir uns hier so ein kleines igloo gebaut damit wir einfach ein bisschen mobs sicher sind falls da irgendwann mal einer auftaucht wir haben den baum gepflanzt den können wir mal noch ein bisschen versetzen damit er nicht direkt über dem laub hängt über den was ist das getreide über dem getreide hängt haben wir eine kiste können wir mal die zweite türe noch ein hauen essen auch apfel behalten gold kann rein fackel kann die blume hier kann rein den nehmen wir mal mit nach unten den crafting table hier gibt es noch eine kiste wir gehen jetzt einfach mal ganz runter hier gibt es stein aber alles mit schnee bedeckt da ist irgendwo ein zombie enderman habe ich glaube ich gerade gehört wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen sauber ah wie soll ein bisschen dreckig hier müssen aufpassen dass man nicht ach der der spawn der der drop gar nicht so alles alles mit schnee bedeckt und dann gehen wir hier ich denke ich gehe hier einfach mal auf der seite gehe ich dann wieder runter weil damit können wir glaube ich das nächste achievement erreichen indem wir uns eine steinspitzhacke machen wir wollen das ja natürlich alles dann auch wieder schön ausbauen ja so wie ihr das bei mir gewohnt seid crafting table stellen wir mal dahin die kiste da und dann machen wir mal hier das nächste achievement gettigen upgrade und dann müssen wir auch einfach mal gucken wo wir hier denn sind ja ein brot backen müssen wir ein schwert haben wir die grünen pfeile sagen was wir als nächstes tun sollen noch offen dazu müssen wir glaube ich nee wir haben schon neun einen offen den ob man auch gebacken und so card und versuchten mal hier hin So, was ist das nächste Achievement? Eisenfisch... Fisch haben wir nicht. Monster hauen wäre wahrscheinlich das nächste. Aber dazu... Nicht die Fackel hauen! Monster! Wie viele Viecher, die da immer rumrennen. Wir bauen uns hier mal runter. Gehen wir weiter. Da ist die Borde. Und da ist Eisen! Da ist Eisen! Wir müssen nur ein Achievement machen. Also, müssen wir mal hoch. Schon wieder Tag. Ne, Krabbennacht. Da kommen wir leider noch nicht dran. Aber wir können hier mal gucken, ob wir noch ein paar Seeds kriegen. Ne. Leider nicht. Aber, aber wir können vielleicht bald ein Brot backen. Dann wären wir da schon weiter. Wir können auch mal noch in die andere Richtung graben. Weil vielleicht finden wir da Kohle oder sowas. Kohle wäre nämlich gut. Hier ist so dunkel. Ich habe Angst. Also so ein bisschen zumindest. Und ich höre die Zombie-Geräusche. Die werden lauter. Oh, oh. Ne, da ist Kohle. Da ist Enderman. Da ist... Da ist... Skeleton. Alles da, was man nicht braucht. Ähm... Einen Fackel hätte ich gern. Eine würde ich gern mit runter nehmen. Eine würde ich gern mit runter nehmen. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Hm. Wir können hier nach oben. Aber nach unten bringt uns grad nichts, solange wir kein Brot haben. Ich brauche nämlich noch eine Border. Äh, ein Achievement. Damit wir die Halle hier ein bisschen... Also das unten noch ein bisschen... mehr Platz wird. Wir könnten... Wir könnten das... Futter... Äh... Ne, das gibt ja glaube ich gar nichts. Oder? Ähm... Ne, den Fisch müssen wir... Den Fisch müssen wir braten. Overpowered. Eat a notch... Notch Apple. Hm. Vorher gab's glaube ich auch noch für den Stein schwirbt... Äh... Achievement. Ein Buch gelesen haben wir auch. Ähm... Ja, wir bräuchten einen. Da ist ein Enderman, da müssen wir aufpassen. Vielleicht kommen wir da, wenn wir da... in die Richtung bauen, noch ein bisschen weiter. What the hell? Seht ihr wieviel Zombies da unten rumrennen? Alter Verwalter! Das sind ganz schön viele! Wir bauen hier mal zu. Nicht, dass wir da irgendwann runterfallen. Na, das bringt mir auch nichts. Jetzt habe ich leider die Fackel verloren. Ach Mensch. Also wir brauchen noch ein Achievement. Definitiv. Ähm... Ja. Und das wird eigentlich Brot sein. Machen wir hier noch eine Schaufel, um den Schnee hier abzubauen. Weil vielleicht brauchen wir den Schnee noch. So. Ähm... Den hier machen wir auch noch weg. Ja, und jetzt kommen wir hier wieder nicht runter, weil wir unseren Kopf anschlagen. schon wieder die Fackel abgebaut. Hm. Ein Achievement brauchen wir noch. Und vor allem dürfen wir hier nicht so weit runter bauen, sonst kommen wir nachher nicht mehr hoch. Ähm... Ähm... Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, ne. Wir können eigentlich gar nichts machen. Ja? Wir müssen... Wir müssen auf... Ähm... Die Seeds warten, dass die wachsen. Und erst dann geht's weiter. Na, seht ihr, jetzt habe ich hier einen Fail gelandet. So. So passt das mit den Stufen. Wir gehen mal hoch und gucken. Vielleicht ist da oben schon Tag und ein Seed gewachsen. Ja, Tag haben wir. Oh. Die Kisten, die Kisten. Na, warte mal. Kann ich die Fackel jetzt hier so platzieren, dass da wirklich Wasser kommt? Das wäre cool. Vielleicht können wir hier auch noch eine gute Ebene bauen. Dass wir hier immer auf einer Ebene sind. Ach so, aber dann mache ich ja gerade einen Fehler. Wasser. Weil ich habe ja eins tief gebaut, damit ich da Wasser... Ähm... ...bekommen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber es kann natürlich auch sein, dass es gar keinen... ...gar keinen Einfluss hat. Ähm... Weil das noch außerhalb der Border ist. Wenn das so ist, dann haben wir Pech gehabt. Haben jetzt auf jeden Fall mal 15 Erde hier. Ja, wir machen mal Schneeklötze. Weil mit den Schneebellen, äh... ... ist ein bisschen unnötig. So. Ja, nach unten trauen. Ist so eine Geschichte. Ich würde theoretisch gerne. Aber ich habe ein bisschen Angst... ...dass uns die Zombies totmachen. Warum ist da Gravel? Und wenn uns die Zombies totmachen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob man respawnt. Boah, ich brauche Eisen! Wie können wir Eisen kriegen? Nur über ein neues Achievement. Über einen Flint, glaube ich. Na, Flint, wenn es Steel gibt vielleicht. Probieren wir hier gerade einen Flint rauszukriegen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann... Da will kein Flint rauskommen. Ist das bei der 1.9 nicht so, dass man das Flint craften muss? Mit 4 Gravel irgendwie? War da nicht was? Ich meine... Ich meine, das war es so. Es hat funktioniert! Ja? Aha! Dann machen wir hier mal noch ein paar Felder. Und pflanzen das direkt neben das Wasser. Ich hoffe natürlich, dass das hier bald mal zum Brot wird. Eigentlich müssen wir runter zu den Zombies. Egal, was da jetzt auch kommt. Wir müssen da runter. Da müssen wir halt vorsichtig sein. Ja, vorsichtig. Hm. Das ist so eine Sache. Vor allem haben wir ja ein Ding verloren. Oh-oh. Das war knapp. Aber wir können die Zombies auch nicht hauen. Die Fackel haben wir verloren. Das finde ich ein bisschen los. Haben wir nicht so klug gemacht. Ja, puddeln uns jetzt mal so ein bisschen in die Richtung. Immer schön den Schiff halten. Und dann hoffe ich, dass ich da hinten runter komme. Und dass von oben vor allem keine Zombies kommen. So, immer schön die in, äh, Sky Factories nieten, damit wir da nicht runterfallen. So. So. Da ist die Borde. Ich hoffe mal da. Ich hoffe mal, dass hier zu ist. Ich sehe das leider nicht. Ich nehme jetzt mal die Fackel hier mit. Was bringt mir die Fackel da oben, wenn ich hier dann von Zombies gekillt werden sollte? So. Ja, jawoll. Monster Hunter. Ähm. Aber warte mal. Uah. Ich bin gerade am Verlegen. Und dann. Sogar was bauen können als Mob-Farm. Uah, die hauen mich durch die Wand. Solche Cheater. Oh. Ah, wir kommen jetzt oben ans Eisen. Jawoll. Kohle. Können wir zubauen. Dann können wir den, glaub ich, hier noch weg machen. Dann. Hier machen wir auch zu. Und dann machen wir hier auf. Jawoll. Wir haben eine Mob-Farm. Wenn auch primitiv. So. Also. Wir kommen so langsam voran. Ah, warte mal. Kohle. Aber nicht alles. Nicht alles gleich verschwenden hier. Aber wir können hier, äh, ein bisschen ausleuchten. Das fände ich ganz gut. Und da haben wir das Eisen. Das bauen wir in der nächsten Folge ab, ja. Also so langsam kommen wir, kommen wir vorwärts. Oh, oh. Ja, wobei. Da ist bisher noch nichts passiert. Kann Eis schmelzen? Auf die Entfernung? Ich lass das mal. Ich glaub, da passiert nichts. Ich möchte mich bei euch auf jeden Fall... Hallo, man dreht doch nicht den Rücken zu. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen bedenken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft Captive 4 Winter Realms wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Minecraft. Ich hab die Dämmung im Restaurant. Welche Rolle ist die Dämmung. Und wir können noch ein paar Steine Fröde sein öffnen.